Die Sperlinge von Gotthold Ephraim Lessing Eine alte Kirche, welche den Sperlingen unzählige Nester gab, ward ausgebessert. Als sie nun in ihrem neuen Glanze dastand, kamen die Sperlinge wieder, ihre alten Wohnungen zu suchen. Allein sie fanden sie alle vermauert. Zu was? schrien sie. Taugt denn nun das große Gebäude? Kommt, verlass den unbrauchbaren Steinhaufen.